So, ich bin zurück mit Sherlock Holmes. Ja, weiter geht's. Es war natürlich letztes Mal vollkommen geplant. Ich wusste natürlich, was ich tue. Ja, nach einer Probe... Ich sollte eine Karte... ...direkt nach der Aufnahme, weil ich konnte es mir... Ich wusste nicht, was ich davon halten soll von dem Scheiß hier. Aber ich habe es mal probiert, einfach die Karte in eine andere Hand zu legen. Nämlich bestieße ich hier. Was soll ich sagen? Es ging an. Es ging. Das ist die logische... Das ist die richtige Karte, genau. Jetzt wieder runterzählen, seht ihr? Es geht nämlich weiter. Hahaha. Das ist ja peinlich für mich ein bisschen. Welche Karte möchten Sie spielen? Oh. Moment, jetzt muss ich mal überlegen. Logisch runterzählen. Was? Ja, das muss auf alle Fälle... Eine Karo... Vier... Oh Gott. Hirn! Bitte, lass mich nicht im Stich. Karo vier. Okay, jetzt sieht gut aus. Wie lange geht denn das jetzt? Welche Karte möchten Sie spielen? Das ist... Weil das muss also auch ein Kreuz sein? Vier. Vier. Sie haben gewonnen! Äh, echt? Woher? Okay. Hä? Woher? Das ist schon mal. Ich weiß nicht. Ja, ich weiß nicht. Das ist doch.